Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. General Ritter von Greim, ich erneine Sie hier mit zum Oberbefehlshammer der Luftwaffe. Zugleich befördere ich Sie zum General Feldmarscher. Eine große Verantwortung liegt nur noch für Ihren Schulden. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen. Es wurden viele Fehler gemacht, es sind sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfiff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern, wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampe in jeden Außenseiter als Gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat die Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen bei Radotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler, unter ein ausgerechnet Himmler, getreuste Betreu. Das ist der schlimmste Verrat von ein. Göring, ja, der war korrupt, immer schon. Speer, ja, ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. Ein, die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler, ja, ist das halt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Und, ja, vielleicht schon dort! Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir, Fägelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fahrzeuge berichten! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Sagen Sie, Bosser, er sollt kämpfen vor Steg! Feng! Feng! Fink! Die Gruppe Steiner wird von Norden näher angreifen und sich mit erneut einer Armee vereinen. Fink! 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 Und im Russland ist so vermichtete Klack versetzen, dass er alles rettet! Fink Das war's für mich. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen falsch, wenn auch das Volk verloren geht. Soll mit der zwölften Armee die Sache unterstützen?